Unsere Glasfassade bietet dem Gast Aussicht. Die Herausforderungen hier sind einerseits vor Architektur gestellt worden, die einen klaren Wunsch hatte, wie das wirken soll. Wir haben sehr kurze Montagezeitfenster, die vorgegeben waren. Und wir sind hier hochalpin mit einem grossen logistischen Aufwand. Und alle Komponenten mussten zusammengeführt werden zu einer Lösung. Und deswegen mussten wir auch ein eigenes System weiterentwickeln. Unser Auftrag beinhaltet Glasfassaden an der Gebäudehülle, Schalteranlagen, Schiebentüren und ganz spezielle Panoramafenster. Wir montieren heute den Rahmen, der 5 auf 5 Meter gross ist. Und dort fliegen wir von Lauterbrunnen mit dem Helikopter unten hoch und direkt einsetzen. Weil der Rahmen zu gross war für den Transportpark. Also hier oben sind die Vorarbeiten eigentlich in diesem Sinne nur, dass wir Winkel, also die Auflagenwinkel haben, montiert. Und die Stechelberg hat den anderen Mitarbeiter von uns den Rahmen zusammengesetzt. Und dann wird jetzt vom Heli verflogen. Unsere Gläser, die hier im Berg montiert sind, sind einerseits mit einer Sonnenschutzbeschichtung ausgestattet. Und andererseits sind sie mit einem Unterdruck vorhabriziert worden. Weil wir hier fast auf 3000 Meter ganz andere Druckverhältnisse. Ja, Thema Aussicht ist hier oben sicher ein sehr wichtiger Punkt. Und von daher ist es schon sehr eine coole Sache, wenn man dann für so viele Leute etwas baut, das dann wirklich angesehen wird von der breiten Masse.